hey hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal bessere welt ein ganz kurzes video wird das hier und zwar wollte ich da eigentlich kein video draus machen aber ich möchte euch das nicht vorenthalten und zwar habe ich hier einen beutel mit substrat und wie ist das ganze entstanden ich hatte bestimmt eine woche lang oder so austernpilze in der ecke liegen die waren eigentlich auch schon so halbwegs vertrocknet und ich wusste nichts mit den anzufangen dann habe ich einfach ein bisschen substrat über gehabt wie jetzt das hier wie in meiner box und dann habe ich einfach das substrat genommen in die tüte gepackt und die pilze ohne irgendwie großartig was zu machen einfach mit reingeschmissen substrat so verteilt durch gemischt schön und schaut mal das ganze habe ich angemischt am 13 dritten heute haben wir den 17 dritten und jetzt kann man hier schon sehen ich hätte es nicht gedacht aber tatsächlich bildet sich mit zähl ohne irgendwie eine kontamination also es ist wirklich ein bisschen auch glückssache aber ich bin fasziniert dass das klappt hat und schaut mal man sieht hier noch die pilze und drumherum bildet sich schön das mit zähl hier hat sich auch beschriftet alte pilze einfach mit einstreu gemischt ohne löcher am 11 dritten ja und sogar das klappt also der austernpilz ist ein sehr guter pilz okay ich halte euch auf dem laufenden mal sehen ob ich hier wirklich was von ernten kann bis zum nächsten mal ciao